Hallo, wir sind Poisonon. Anonymous und Team Poison haben sich zusammengetan, um im Namen von Operation Sensordis gegen Zensur anzukämpfen. Es hat eine neue Operation gegen die Reaktionen der Banken auf die Okupai-Bewegung gegeben. Wir haben zugesehen, wie unseren Brüdern und Schwestern ihr hart verdientes Geld von den Banken verwehrt wird und wie sie zusätzlich von Polizisten auf friedlichen Demonstrationen niedergeschlagen werden. Herzlichen Glückwunsch Banken, ihr habt unsere Aufmerksamkeit. Ihr ignoriert eure Kunden und missbraucht eure Befugnisse, um ihre Meinungen zu zensieren. Operation Sensordis wird solche Taten nicht dulden und bringt eine neue Operation unter dem Namen Operation Cashback hervor, die bereits weit über 500.000 Konten in Kreditgenossenschaften umgelagert hat. Bezüglich der jüngsten globalen Demonstrationen und Proteste werden wir den Spieß umdrehen. Operation Robinhood wird das Geld zu jenen zurückfließen lassen, die von unserem System und besonders von unseren Banken geschädigt wurden. Operation Robinhood wird Kreditkarten nehmen und an die 99% sowie diverse Stiftungen auf der ganzen Welt spenden. Die Banken werden gezwungen sein, den Leuten ihr Geld zurückzuerstatten. Wir werden uns nehmen, was uns gehört. Die Banken haben Menschen durch falsche Handlungen auf die Straße geworfen. Wenn die Armen stehlen, ist es Gewalt, aber wenn die Banken uns bestehlen, ist es Business. Wir haben Tausende an viele Demonstrationen in der ganzen Welt gespendet. Wir haben Tausende an die Obdachlosen und Anstiftungen gespendet. Unsere Regierung hat in vielerlei Hinsicht zu kurz gegriffen. Es ist Zeit, dass das Volk forttritt. Wir wollen nicht mehr vom Gutdünken unserer Regierung abhängig sein. Wie sicher ist man bei den Banken, wenn sie schon jetzt Tausende stehlen können? Ihr habt den Vorteil, die Guten zu sein. Wir haben keine Angst vor der Polizei, dem Secret Service oder dem FBI. Wir werden euch zeigen, dass Banken nicht sicher sind und wir werden unser Geld zurückholen. Wir werden das wahrhaftige Böse treffen, ohne ihre Kunden zu schädigen und gleichzeitig anderen helfen. Wir lassen nicht nur die Banken verhungern, sondern sind auch bereit, den Angriff zu starten. Wir sind gekommen, um das Geld der 99% zurückzuholen. Wir fragen nicht nach Erlaubnis. Mal sehen, wie es die Banken finden. Wenn sie diejenigen sind, die zahlen. Nennt man es Diebstahl, wenn sich jemand das zurückholt, was ihm schon gehört. Nennt man es Wahlbetrug, wenn die Banken unsere Millionen in die Taschen von Kongressabgeordneten und Lobbyisten fließen lassen. Es wird Zeit, dass die Banken für ihre Verbrechen und Korruption bezahlen. Wir werden nicht auf unsere Regierung warten, vorzutreten und etwas zu unternehmen. Es ist Zeit, dass die Banken dafür bezahlen, sich nicht beschützt und nur Schaden angerichtet zu haben. Warum Mitleid empfinden, wenn sie ihre Leistungen zu hoch berechnen und uns all ihre kleinen Gebühren zahlen lassen? Operation Robinhood hält dich an, deine Konten in sicherer Kreditgenossenschaften umzulagern, bevor es zu spät ist, wenn wir sie von innen treffen. Wir werden die Banken dazu bringen, dein Geld mit einem Lächeln auf dem Gesicht und Hass im Herzen zurückzuerstatten. Der einzige Betrug waren die Taten der Banken, als sie die Menschen betrogen. Es wird Zeit, dass sich die Banken mit Anonymous und Team-Häusern auseinandersetzen. Und einer von uns ist nicht so hart wie wir alle. Wir freuen uns darauf, mit euch Ferkeln Geschäfte zu machen. Wie laut kriegt ihr, wenn euch dasselbe angetan wird? Wir werden jeden riechen, der von den Banken abgezogen und bestohlen wurde. Schließe dich uns bei Operation Robinhood an. Nimm von den Banken und gebe den Arm. Unsere Taten werden flink sein. Es ist Zeit, dass sich das Volk erhebt und sich die Banken erinnern, für wen sie arbeiten. Es ist Zeit, sich zu wehren. Es ist Zeit, dass du deine Freiheit wieder erlangst. Wir werden nicht mehr höflich fragen. Banken, ihr habt die Aufmerksamkeit der Hydra des Internets, der Giftzähne gewachsen sind. Die einzige Frage ist jetzt. Do they expect us? We are Poisonen. We are Robinhood. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Operation Robinhood. Fully initiated.